Hallo, ich bin soweit gehört. Zeit stopp. Zwei war Tor und dann kommt das Loch. Dann musst du gleich rechts am Pömpel vorbei. Und Zeit innen. Zwei. Zeit stopp. So hätte man es machen müssen. Gar nicht in das Loch rein. Das hat er vorhin noch gesagt. Zeit in. Zeit stopp. Zeit in. 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 Ja, ich brauche das hier. Vortritt 5 Zeit 2 Minuten 20 Ungeheblich, der Fels ist so rutschig gut jetzt auch noch Zeit 1 Minuten So, das wird 6. Okay, klein. Jawohl. Das wird 7. Eine Minute groß. Zurück. Fortschritt 8. Zeit? 3, 30 Sekunden. So rüber. Fortschritt 9. Zeit? 3, 20 Sekunden. Fortschritt 9. Zeit? 3, 20 Sekunden. Fortschritt 9. Zeit? 3, 10 Sekunden.